Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute weiter mit dem Legendenauftrag Schrägstrich Einladungsereignis zu Thoma, die täglichen Aufgaben eines Haushälters. Erster Akt und erreichte Ausgänge 0 von 6 gibt es hier tatsächlich. Also bei Beidou zum Beispiel gab es nur fünf Ausgänge, bei Thoma gibt es sechs. Und ja, wir fangen auch direkt an. Ereignis starten und gucken mal, wo es uns hin verschlägt. Sehr wahrscheinlich Narina Zuma in die T-Stube, aber das ist glaube ich keine sehr gewagte... Oh, okay, ich war nicht ganz richtig tatsächlich. Ins Kamisato anwesend, nicht in die T-Stube, aber die kommt bestimmt auch noch vor die T-Stube. Da bin ich mir sicher. Geh zu dem Ort, auf den du dich mit Thoma geeinigt hast. Haben wir uns mit Thoma geeinigt? Auf Thomas Einladung hin kommst du zur Yashiro-Verwaltung, wo du zwei Samurai hinter seinem Rücken über ihn reden hörst. Uh, Gossip. Some Gossip. I haven't seen Thoma in a while. Who knows what that guy's working on these days? Probably something of the utmost importance, as ever. Taking guests out for lavish meals, cleaning up around the house, the usual. We have people like that to thank for the decline of the samurai spirit in this day and age. If you're just gonna schmooze your way through every problem in life, you might as well put your blade on the scrap heap. It's like everything. Use it or lose it. Also, I heard he's Mondstadt born and bred. Just say him. Oh, well, no wonder. What do you think Miss Kamisato even sees in that guy? Oh, sorry. I haven't slept too well the last couple of days. Not account of all this rain we've been having. Wait, what are you all doing here? Has something happened? We were just having a little chat on our break. It's time we were going. There's still lots to do. We're busy people, Thoma. You'd do well to grow a sense of urgency too. Well, uh, thank you gentlemen. I'll think about that when my vacation's over. Sorry, I'm a little late. Something came up. Du hast ja schon alles gehört, oder? Yep. I sure did. No big deal, though. People like to criticize those who don't fit in. It's the same everywhere. If a little private gossiping helps them let off some steam, well, good for them. It does no harm to the Kamisato clan. Wouldn't you agree? Ja, lass sie reden. Exactly. Or live and let live, as they say. Today it's time for a hard-earned rest. There's been so much to deal with since I got out of Komori Tea House. Oh man, this vacation's been a long time coming. Ah, there's too much going on here. Let's find somewhere more peaceful to discuss the plan for the day. You're still my guest after all, and I'd like to hear your ideas. Das war ein schneller erster Teil. Einladung des Gastgebers. Oh. Oh leil. Er steht halt literally drei Meter daneben. What the hell. Das ist halt einfach genau das Gleiche. Since I'm the host here, we ought to do something you'll enjoy. But, despite that, I still haven't got a clear plan on where to take you. So, what do you usually prefer? Indoor or outdoor activities? Sounds like a plan. I don't really feel like spending my day running all over the place either. In which case, let's head to Komori Tea House. There's nowhere better to sit and chat with me. und sit quietly with the pot of tea. I'll head over there right now and get a few things prepared. Come and join me when you're ready. Tja. Wer hätte das erwartet? Also ich ganz bestimmt nicht. Ich ganz bestimmt nicht. So. My boy, Thomas. Oder wie ich ihn auch gerne nenne, Thomas. Ich weiß nicht, ob das schneller war oder kürzer. Äh, länger. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Wird sich schon nicht viel genommen haben, wahrscheinlich. Oh, äh, willkommen! Es war wohl schon lange, seit du hier warst. Äh, seit es jetzt Zeit zu essen ist, ich konnte nicht resisten, etwas etwas für uns zu essen. Also, bitte. Hilf dir selbst. Ich hoffe, dass ihr es Spaß macht. Und, äh, ich kann nicht sagen, dass ich mit den Läuten der OUYA-Restaurant-Chef competeite, aber ich denke, dass ich es gut gemacht habe. Äh, was ist falsch? Du siehst schockiert. Ich dachte, du kannst nur kochen, was bei einem Feuer... Äh, du kannst nur kochen wie bei einem Feuertopf-Spiel. Hoppla. Woah, woah. Es gab eine Verständnis. Ich verabschiede, ich habe vielleicht ein paar weirte Dinge zu diesem Läuten gelegt, aber es war nur ein Spiel. Für normale Mehl habe ich normale Däste gekocht. Ich bin ein Hauskörper, nachher. Ich hätte nicht weit ohne ein paar künstlerische Fähigkeiten gekocht. Äh, sehr gut. Wenn du mit deinem Gehäuse bist, dann kannst du deinen Gehäuse zu kochen. Ha, ha, ha. Na ja. Es scheint, dass mein Gehäuse dein Gehäuse hat. Äh, sehr gut. Du bist willkommen. Wenn du mit deinem Gehäuse auf deinem Gehäuse bist, musst du deine Qualität des Lebens behalten. Geh deine Kappe, zum Beispiel. Ich sehe definitiv ein oder zwei hohe Fähigkeiten dort. Wenn du sie ignorierst, später oder später wird das ganze Seam unkürzt. Und dann hast du eine wirklich schwierige Zeit, es zu kochen. Aber lass mir das für dich später abkühlen. Ich bin ziemlich hilfreich mit den Knöpeln und den Fähigkeiten. Speaking of Housekeeping, kann ich mit Sicherheit sagen, dass du niemanden so hilfreich am Haus wie ich bin. Klinieren, Kuchen und Kochen sind eines meiner größten Gehäuse. Die Dinge, in denen Thomas... Ich sage jetzt einfach Thomas, okay? Naja, mach ich nicht. In denen Thomas gut ist. Hm? Was ist das? Du könntest einen Unterricht in Hauswirtschaft geben. Warte. Du sagst, dass ich Haus-Kommission an der Yashiro-Kommission-Staff studiere? Ja. Ich bin nicht sicher, ob es funktionieren würde. Ich wüsste, dass niemand für diese Klasse gewinnen würde. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es realistisch ist, um mich zu verändern, nur mit meinen Gehäuse-Kommissionen zu zeigen. Ich bin froh, dass das ganze Thema immer noch nicht verhäuert. Das heißt, zu finden, eine Möglichkeit, um ein paar Gehäuse-Kommissionen mit der Yashiro-Kommission wäre sicherlich in den besten Interessen der Menschen. Gehäuse-Kommission ist wichtig. Du musst nachdenken, wenn du dein Bestes-Kommission in deinem Arbeit machst. Du wißt, was? Wir versuchen es. Aber zuerst, wie denkst du, dass ich es promoten sollte? Ich würde sagen, ein großer Auftritt. Du denkst so? In diesem Fall, ich muss sich vorbereiten. Wenn ich mit vielen Studenten enden werde, sollte ich sicher, dass ich alle Suppe haben, die ich für die Klasse brauche. Tables und Schäuze kann ich schnell genug machen. Aber ich brauche, das Problem lösen. Ich werde das Problem lösen. Sind Sie sicher? Das wäre großartig wert. Ähm, lass uns sehen. Zu Beginn mit, ich brauche Lavendermelon, Fowl und Flour. Als wir alle unsere Essenthalte haben, können wir die nächsten Schritte herausfinden. Ich hoffe wirklich, dass alles so leicht geht. was für eine schwierige Oma. Was für eine schwierige Oma. Äh, Ayaka besucht. Kamisato Ayaka. Kamisato Ayaka. Damals hatten die ja glaube ich keine Stoffe. Das heißt, die dürften eigentlich eh Zeit haben. Aber sie würden es wahrscheinlich trotzdem abspeisen. mit einer schlechten Ausrede. Willkommen zu Ogra, bei einem Studenten. So, ich habe mich gefragt, ob Sie mir helfen können. Amongst andere Dinge, ich will be teaching irgendwelche Techniken Also, dass alles so leicht geht, ich will be needing, zu kaufen ziemlich viel von deinem Unternehmen. Du denkst, dass du eine Chance Natürlich. Es wäre mein Glück. Und danke für mich, meine Geschäft, Toma. Wie passiert, einige meiner normalen Kunden haben ein Interesse im Haus. Nachdem, habe ich geschlossen für den Tag. Ich werde sie mit ihnen sprechen. Ich bin fast sicher, dass sie mit ihnen aufstehen. Die einzige Sache ist, ich bin nicht sicher, dass sie genug für eine ganze Klasse sind. Ah, ich weiß, Yuko sollte sehr gut in der Gemeinde sein. Warum nicht sie fragen, sie? Yuko? Hmm. Ich bin sicher, dass ich diesen Namen schon gehört habe. Also, sie hat ein Interesse in Haus. Wenn ich richtig erinnere, die Hausfrau in der Stadt habe, ich weiß gar nicht, ob wir den guten Tag haben, aber nicht. Ich bin sicher, dass du sie interessiert hast. Great. Danke für deine Hilfe, Frau Ogura. All right. Lass uns unsere Glück mit Yuko probieren. Lass uns unsere Glück probieren. die Hausfrau in der Stadt. Ich weiß gar nicht, ob wir den NPC kennen, ehrlich gesagt. Sagt mir jetzt, ehrlich gesagt, nichts. Ah, es ist die Verkäuferin, oder was? Nee. Oh, keine Ahnung, die habe ich noch nie gesehen. Geh nicht. die Hausfrau in der Stadt. Sie sehen, wie es unser Job ist, nur weil wir es tun. Aber niemand trainiert uns, auch. Uh, hello ladies. Might I ask which one of you is Yuko? Oh, that would be me. Sorry, I don't believe I've had the pleasure. I'm Toma, the housekeeper for the Yashiro Commission. We're looking to start a housekeeping class at the Commission Headquarters. I was just wondering whether that might be something that interests you. Housekeeping? As a class? That's right, yes. We'll be teaching a whole bunch of handy housework tips and tricks. Sweeping, mopping, laundry cookery, you know, that sort of thing. All based on my years of experience as a housekeeper. The class is free, of course. The only cost to you is the materials used during the class. Hm, what do you think? I think this is suspiciously coincidental. Well, I'll be straight with you ladies. I believe the classes are free for a limited time only. Right, traveler? Ähm. Wenn ihr es verpasst, dann war es das. So far, attendance has been a little on the slow side, so we decided to start offering free trial classes. In other words, we won't charge you for the first few classes you attend. After the trial period comes to an end, and if you're still satisfied with the results, you can book more classes for yourself and complete the rest of the course. I'll be sure to give you a favorable price. I see. It certainly sounds reasonable. But I have a question. Is this class restricted to women only? Oh, not at all. It's open to people of all genders and ages. The way I see it, housework comprises an essential set of skills that no one could afford to be without. You've got to know how to look after yourself. Life should come before work, don't you think? Well said. In that case, I'll bring my husband along. Sounds like he could learn a thing or two from you. Me too. Oh, and while you're at it, have you thought about asking Nagano? I'm sure older folks like him would have time to attend. The more the merrier, right? Thank you, Toma. Please excuse us. Alright. I'll see if I can convince the older folks to come along and make up the numbers. Tja. Aber das stimmt schon. Rentner haben wir eigentlich auch gern schon viel Zeit. Hahha. Ich glaub, den kennen wir sogar. Hauровnung, zähl. I was handy into home back in the day. Sadly, the older I get the fewer things, I'm able to do myself. You're very young. Hey, Toma's my boy. Jetzt noch die Samurai einwickeln, die vorhin gegossipt haben. Wenn die mitmachen würden, das wäre funny. Das wäre ein Plot-Twist, den ich gecallt habe, jetzt gerade eben. Bestimmt viele. Wir haben literally mit drei Leuten geredet, brother. Ja, ich glaube, ich habe da schon was vor, my boy. Acht bis 24 Uhr. Jetzt ist, na, das wird safe nicht reichen, weil das ja heute ist. Ich muss ja bis morgen warten. Moment mal, acht bis 24, ja, wow. Was für ein bad luck, was das Timing angeht. Aber ich verstehe nicht ganz, warum 8 bis 24 Uhr. Standart ist gerade wirklich da? Als ob der dann um 23 Uhr einen Kurs macht. Willkommen zum Late-Night-Hauswirtschaftskurs mit Thomas. Da ist dann literally vier Leute gekommen. So viele Leute. Ja, natürlich. Keine Ahnung. 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 Off your face. Aren't you going to greet the teacher? No, it's... I... Darling. Hello, teacher. For the love of... Hello, teacher. Well, hello, and welcome. Now that you're here, I expect you to pay attention and work hard. Well, let's keep going. Housekeeping is not difficult, per se. The difficult part is consistency. Keeping on top of it over a long stretch of time. To keep up with housework on an ongoing basis, you either have to love everything about it or you need a few tricks up your sleeve to make things easier. So for today's topic, we're going to focus on how to make light work of housework. Thomas spricht wirklich mit Stil. Style. Excuse me, you over there, focus, please. I like to see active engagement in my lessons. That is, unless some of you are looking to stay behind after class to catch up. Oh, Leute, das war's schon. Ein beliebter Kurs. Jeder sollte aufmerksam zuhören. Damn. Okay, ging schon leise, ich dachte. Ja, nicht schlecht. Das war der erste Ausgang vom Einladungsereignis Thoma. Und wir machen beim nächsten Mal weiter mit dem zweiten Ausgang. Bis dahin auf jeden Fall danke euch fürs Einschalten. Würde mich wie immer sehr über ein Like, ein Abo von euch freuen. Macht's gut, als wein'n. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.